Und das ist einfach geil. Das ist einfach nice. Ich finde es nice. Wir gehen gleich rein in das Upgrade. Bei Footpin schauen wir uns das an, aber vorab wollen wir hier rein starten mit der ersten 85 Plus Doppel-Upgrade SPC. Mit dem ersten Pack hier auf der Road to Glory. Wir gehen, wie gesagt, hier gleich im Hauptvideo in mehrere 85 Plus Packs natürlich noch rein. Läuft ab in vier Tagen. Ist wiederholbar. Einmal. Refresht sich in 23 Stunden. Also hier ist es interessant, dass sie refreshable oder wiederholbar ist. 84er Graded Squad. 86er müssen wir mindestens einen am Start haben oder höher. Und auch hier gebe ich komplettes Untraddle-Futter-Up. Ein 85er. Jordi Alba verschickt sich oben rechts hinter meiner Facecam. 82er On Mars. 85er Foden. Und der Rest, ja, Lloris seht ihr hier als quasi über 86er Graded. Das ist wirklich, ja, nicht viel. Kann man mal machen auf jeden Fall. Und das Schöne ist, ich habe es euch eben am Anfang gezeigt, die Best-Off-Spieler sind am Start. Die Best-Off-Spieler, die wir jetzt ja eben dann auch ziehen können. Insofern bin ich mal sehr gespannt, was eben jetzt sich in diesem Pack versteckt. Und jetzt haben wir das 2-Spieler-85-Plus-Pack auf der RTG, Freunde. Nur Futter. Nur Futter hier. Es wird... Na, immerhin. Immerhin. Komm, bitte kein 85er. 2-86er. Zumindest das. Zumindest das, Freunde. Keine Duplikate. Das sieht man gerne. Das sieht man gerne. So, lasst mich gerne wissen, was habt ihr in eurem 85-Plus-Upgrade-Training. Und bevor wir jetzt in weitere gehen, Freunde, würde ich sagen, gehen wir rüber zu FUTPIN. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.